Hallo und herzlich willkommen zurück zum ULWUR Projekt. Wir sind hier in der neuen, in der dritten Welt von Mistcraft und ich habe geschmolzenes Ritter-Metall gewonnen. Ja und es gibt diese Kristalle in Form von so Kugeln in dieser Welt, ist aber nur Birken Biom mit ein paar Fichten oder Schwarzholz, muss ich dann noch anschauen. So, dann machen wir doch kurz hier einen Wegpunkt und mit dem normalen Texte Package auch wieder. So, wo haben wir jetzt da am nächsten? Gleich hier nicht, da drüben. Gehen wir mal da drüben hin. Ah, das bauen natürlich auch viel mehr Monster und ich habe wenig Leben. Boah, kommen wir doch noch schneller. Und die Spinnenspeedwaffe? Nein. Okay, geschafft. Nochmals kurz eins essen. Jetzt ist mir volles Herz. Fichtenholz, also doch richtig gehabt. Okay, wunderbar. Nochmals ein Creeper. Ja, das heisst, jetzt ist wirklich Nacht. Weil es wird auch in dieser Welt nicht richtig Tag. Und die cool, dass die 3D sind. Pilze. Ei, die treffen uns trotzdem. Weil wir zu wenig Schaden machen. Hm. Die spinnen nicht. So. Möchte ich irgendwas Spezielles noch holen? Ja, recht viele Blumen auf dem Weg gefunden. Ich soll nicht mitnehmen. Ja, da ist noch eine Bücherei. Okay. Aber das sieht man, was bewirkt. Block. Irgendwas. Ewige. Ewige Schnee. Minenschächte. Nehme ich mit. Block. Kann man das nicht kurz wegmachen? Canola. Okay, nehmen wir mit. Irgendwas mit Canola. Könnte von diesem K-Mod MoCars sein. Sion. Sion. Ah, hier ist es vorne. Die oben Kult-Tiger. East Direction brauchen wir auch nicht. Ja, gut. Dann kommt hier nichts mehr. Schade. Wir gehen einfach so wieder zurück. So. Wieder rein. Jetzt auch noch natürlich. Und ich habe jetzt per Moment Nachtsicht auf 10 Sekunden. Keine Ahnung, wie ich das wegkriege. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man es bekommen hat. Keine Ahnung. Aber sollte man eigentlich mit einer Milch wieder wegbekommen. So. Also noch eine Blume. Und der Pilz machen wir hier oben hin. So. Also eben das Haus gefällt mir so noch nicht ganz. Das kann ich euch sagen. Das muss ich umenden. Im Neffe habe ich es nicht geschafft. Ich habe ja die Welt erstellt. Und dann kein Platz Ding mehr gehabt. Zeit zwischen den Aufnahmen. Also müssen wir das wegmachen. Zeit zwischen den Aufnahmen. Ja, ich habe ja nicht. Ich habe ja nicht. Hallo. Zeit zwischen den Aufnahmen. So. So. Idealisch schnell. Zeit zwischen den Aufnahmen. Zeit zwischen den Aufnahmen. Hm. Direkt die. Dein Segel machen. Ach komm. Ich habe den nicht dorthin geplatziert. Sieht definitiv schöner aus. Es geht einfach zu schnell. So, machen wir jetzt erst weiter. Sehr gut. Aha. Wo sind die hin? Ja, aber du enttäuscht mich. Die Mots sind einfach zu antwortlich. Hm. Ja gut, müssen wir das kurz so machen. Die Blöcke, die möchte ich gerne mit dem Inventar. Die können nicht einfach verschwinden. Ja, dieser Internalserver ist mit Mods recht überlastet. Jetzt haben wir den Glock. Gut. Die Welt ist so schön, wir könnten so viel bauen, aber wir müssen einfach diese Lecks aushalten. Wir brauchen jeden Mod eigentlich. Gut. Kann ich dann vom Niesköft rausnehmen, wegen ein bisschen Leck. Ja gut. Ja. Jetzt müssen wir etwas anders machen. Wir schauen nach den Schokoboss. Ja, leider auch noch nicht weiter gekommen. Ja. 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 Schauen wir sie mal an. Haltbarkeit ist super, Feuerschwurz ist super. Okay. Ah, warte. Ja. So und ähm. Gehen wir Quads so. Hm. 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 So. Und hier auch. Ja. Gehen wir gleich hier durch. Also wir können mehr Maß verzaubern jetzt, aber ähm. Weiß jetzt auch nicht. Die Hose werde ich jetzt, denke ich mal, als nächstes verzaubern gleich. Na gut. So. Können wir irgendwo hier durchgehen? Komm, hör auf zu Längen. Ja, hier war ein Gas, deshalb habe ich hier ja nicht weiter gemacht und bin oben durch. Aber es war ja nicht. So erfolgreich. Okay. Quads. Was ich eigentlich finden muss, ist eine nette Ruine, nette Festung. Aber wir müssen jetzt auch mal so weit kommen, dass wir Neues sehen können. Das haben wir alles gesehen. Das ganze Biom mit den vielen Pizzen haben wir gesehen. Geht leider auch wieder nicht so gut hier durch. Wie man immer im Nette einfach nicht weiter kommt. Zum Beispiel dieser Lava Fall. Völlig im Weg. Gehen wir mal hier durch. Da kommen wir sicher bald mal raus, aber sobald Lava zu sehen ist, sofort zurück. Lava ist doppelt so schnell als in der Hauptwelt. Das Quads. Das Eich sieht man auf dem Radar, dass wir schon draußen sind, aber es könnte unter uns sein. Nächste eigentlich unter uns sein. Okay. Direkt Lava. So. Oh. Ja. Ja. Ich werde die Spitzhocke dann gleich verzaub-, äh, reparieren. Genau. Sonst, äh, ja. Da können wir nicht mehr so viel graben und so schnell. Wir finden, also wir, während Verzaubung kommen, bekommen wir nicht eine erneute, so gute Spitzhocke. So. Das ist doch mal ein schöner Ort. Einfach runter. Da ist irgendwas. Ist ein Portal. Seienbar. Aber das mache ich jetzt nicht an. Ist nichts. Auch dahinter nichts. Nö. Okay. Nichts. Die lilanen Pizze könnte ich mitnehmen. Ja, weil wir jetzt schon hier unten sind. Nehmen wir die doch gleich mit. Ist ein Orange. Also unten Orange. So. Ah, sogar Farbstoff direkt. Hm. Direkt. Wieder diese P ätze. Machen Ultrafescher. Also. Es scheint ein Haus zu sein oder so etwas. Diese kleinen Teile möchte ich gerne hin. Ja gut. Vielleicht oben durch. Hier ist nichts. Die Lava können wir umkurven. Der Pilz hat mich nach rechts gezogen. Zu nah ans Lava. Kann man schön drüber aber ich muss den einen abbauen. Ja. Gehen wir hier runter. Gehen wir das hier mit. Ja ein bisschen zu wenig aber okay. So. Ähm. Was ist das? Spawn. Knochen. Peets. Spawn. Okay. Kommen wir hier durch? Nö. Also wir müssen hier durchgraben. Den weghauen. Die nehmen wir noch mit. Können wir nie genügend haben eigentlich. Aber die geben... Ah ja die geben die Tintenbödel. Smoke nehmen wir mit. So. Und jetzt müssen wir uns eigentlich durchgraben. Oder hier unten durch. Ja wir gehen hier unten durch. Hier gibt es nämlich keine weißen Pilze. Da unten ist der nächste weiße Pilz. Und graben wir uns einfach mal. Beatbuilding hier rüber. Kurz hier hinschauen. Nö. Keine nette Ruine. Ja unten hat es einen Lavablock. Hm. Ganz viele. Die könnten wir eventuell mitnehmen. Aber das Wasser hat ja noch nicht Einfluss. Aufs runterziehen. Genau. Okay wo sind die Lohen. Weil Lohen sind ja eigentlich immer nur in den Festungen. Hm. Okay. Reeds Blöcke müssen wir nicht mitnehmen. Wo sind denn die Lohen? Da oben irgendwo? Oh. Wollen wir den doch mitnehmen. Weil wir nicht durchkommen. Sonst. Nehm ich doch den mit. Ja es ist wieder ein Portal. Ja schade. Es gibt keinen Loot so. Ah. Was ist denn das für ein Tick Raid? Was ist denn eh überall wieder diese Pilze? Was soll ich denn davon halten wenn wir nicht weiterkommen? Da. Ist das eine Festung oder so? Cool. Also ein Schatz gefunden. Kann man leider nicht vermeiden. Wir haben Feuerschutz aber... wahrscheinlich zu wenig. Ich sehe nichts. Ich brauche ein paar von den... Äh, laute Partikel, was ging an da? Gar nichts. Ah, ja, kommt auch noch. So, zwei. Den Gas, den brauchen wir nicht. Ah, gut. Wir haben eine andere Idee. Direkt einer rum. Da ist die Kiste. Okay, Chocobos Sachen. Die andere, die war... ...dank für hier. Das wäre nix. Malabra, malabra. Direkt mal labra. Ja, was soll ich machen? Hallo. Weg. Wir haben Feuer geschützt und die Labe machen uns trotzdem noch. K.O. So, schauen wir mal hier aus. Da ist noch eine drüber. Oh, schalte. Neutral. Was ist das? Lost Tablet. Kann ich mir nichts drunter vorstellen? So, wir haben's geschafft. Ja, sicher. Nicht mehr raus. So. So. Wir haben's geschafft. 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 Das ist eine nette Festung. Jetzt sehe ich ja. So. Wir haben's geschafft. Wir müssen uns hier mit uns übergraben. Ach, diese Bärme, was soll ich sein zu tun? Ah, ok. Gnade bleiben wir nicht. Mann, richtig nervig. Wenn wir es nicht heilen könnten. Das zeigt ein distanzierter Platz. Jetzt habe ich hier eigentlich keine Karte. Teleportieren. Eine Gravesoul. Und wo ist eine Gravesoul? Das sieht nirgends wo aus. Wie eine Seele. Schade. Ja gut. Dann werde ich im nächsten Part diese nette Festung erkunden. Aber immerhin haben wir es zu einer geschafft. Danke schön fürs Zusehen, euer Drago Basler. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Die Videoreihe geht natürlich weiter. Tschüss. Tschüss. Tschüss.